Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen in der Kindertagesstätte Vogelsangstraße in Niederkassel-Reit. Wir sind eine dreigruppige Einrichtung. Unsere Einrichtung besteht seit über 40 Jahren. Wir haben einen U3-Bereich und zwei Gruppen im Ü3-Bereich, was ich Ihnen heute gern vorstellen möchte. Herzlich willkommen in unserem Kinderrestaurant oder ein Teil unseres Kinderrestaurants. Hier treffen sich unsere Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren zum Mittagessen. Des Weiteren sehen Sie in diesem Raum unsere Garderoben der Kinder. Den Bereich, den wir jedes Jahr individuell nutzen, entweder als Leseecke, als Duploecke oder als Magneteecke. Der riesengroße Sessel ist vorbehalten für unseren Nikolaus, der uns jedes Jahr besuchen kommt und sich auch schon jedes Jahr auf diesen Sessel freut. Des Weiteren können wir hier auch Geburtstage feiern. Wir haben auch eine Bühne, die wir für Veranstaltungen nutzen, wenn uns Eltern besuchen, festen und feiern. Hier sehen Sie unser kleines Frühstückscafé. Hier treffen sich die Kinder morgens aus allen drei Bereichen, auch unsere U3-Kinder, zum Frühstücken. Ab halb acht haben wir das Frühstückscafé geöffnet. Bis halb zehn, viertel vor zehn, die Kinder treffen sich hier, frühstücken, halten, Kaffee-Klatsch. Hier befinden wir uns in unserem Rollenspielbereich, der für die U3-Kinder vorbehalten ist. Vor ungefähr sieben Jahren haben wir unser Konzept umstrukturiert zu einem teiloffenen Konzept. Das heißt, dass unsere Gruppen Funktionsräume sind und der U3-Bereich ist der Rollenspielbereich. Unsere Eingewöhnungszeit ist seit dem 1. September beendet und jetzt dürfen auch unsere großen Ü3-Kinder hier rein. Wir waren schon ganz heiß darauf, dass sie endlich wieder den Rollenspielbereich nutzen konnten. Mit einer Kuschel-Ecke, mit einer Puppen-Ecke, mit einem Verkaufsladen und vielen anderen interessanten Dingen, die alle paar Monate auch umstrukturiert werden, umgebaut werden, ganz nach den Bedürfnissen unserer Kinder. Anschließend an unseren U3-Bereich haben unsere Jüngsten auch einen separaten kleinen Spielbereich mit einem niegelnagelneuen Kletterholz hin, was wir jetzt erst in den Sommerferien bekommen haben. Im Vormittagsbereich sind unsere Fuzzis hier ganz allein für sich, aber im Nachmittagsbereich lassen wir die Kleinen auch auf unsere große Spielfläche jetzt. Anschließend an den Rollenspielbereich haben natürlich unsere Kleinen auch ihren Garderoben-Bereich. Gummistiefel dürfen natürlich auch nicht fehlen, zur kalten Jahreszeit, zur nassen Jahreszeit. Und jetzt? Hier befinden wir uns im Garderoben-Bereich unseres Bau- und Konstruktionsraumes. Jetzt betreten wir den Bauraum ganz groß nach unserem Haus von unserem Anerkennungspraktikanten, dem Herrn Nöfken, was er mit den Kindern als Projektarbeit gestaltet hat. Da wird jetzt im Moment eine Eisdiele draus gebaut, mit einer Eistheke und mit frisch gemachtem, selbstgemachtem Eis. Jetzt kommen wir in das Herzstück dieses Bereiches. Das ist unsere Werkstatt, die mit ganz viel Liebe ausgestattet wurde. Hier dürfen die Kinder mit richtigem, echtem Werkzeug arbeiten, wie die großen Profis. Unsere Schuckis haben gerade in dieser Woche ihren Werkstattführerschein erworben. Das heißt, dass die Schuckis, unsere Schulkinder, zu zweit allein hier rein dürfen, ohne Aufsicht. Da sind sie natürlich ganz stolz darauf, dass alle ihren Führerschein bestanden haben. Aus dem Baubereich heraus kommen wir natürlich auch in unser Außengelände, worauf wir auch sehr stolz sind, weil es riesengroß ist, ganz viel Naturschatten hat. Und gerade jetzt in den letzten heißen Sommern, wo draußen wirklich eine angenehme Sommerfrische war. Anschließend an unser Kinderrestaurant brauchen wir natürlich auch eine Küche, in der jeden Tag frisch gekocht wird von unserer Küche. Hier befinden wir uns im Waschraub. Wir haben drei Kinder mit einer riesengroßen Wickelkommode. Wir können da unten die Treppe rausfahren, sodass die Kollegen es auch einfacher haben, die Kinder nicht auf den Wickelplatz legen zu müssen, sondern die Kinder sind ganz stolz, dass sie die Treppe benutzen dürfen. Und falls es mal ein großes Malheur gibt, haben wir nebenan auch gleich eine Paarung. Okay. Hier befinden wir uns jetzt in unserem Kreativraum. Wie man sieht, haben wir hier auch so gut wie gar keine Tische mehr drin. Einige Tische brauchen wir natürlich noch zum Kneten, zum Matschen, mit kinetischem Sand, mit Schaum. Wir haben für die Kinder so kleine Buffets errichtet, damit die wirklich an die Materialien rankommen können, ohne zu fragen, selbstständig arbeiten dürfen. Hier kommen wir in unseren Matschraum. Hier können die Kinder mit Wasserfarben matschen, auf dem Boden, an der Staffelei. Toll kreativ arbeiten mit unserer Farbschleuder. Hier werden auch schon mal kleine Wasserschlachten gemacht.